Es ist Jahre her. Das Jahrhundert war jung und im Umbruch. Etwas Neues lag in der Luft. Dann sah ich ihn das erste Mal. Ich wusste sofort, dass er der Eine war. Aber alles änderte sich und unser Leben lag im Trümmern. Eine Bayerin in Tirol. Sowas Dummes habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Als ich das erste Mal mit den Seinen am Tisch saß, wurde mir klar, wie sehr ich mich von ihnen unterschied. Das ist die Katharina, mein Weihwitz. Die da? Wenn du bleiben willst, nach Arbeit. Wenn du leben willst, dann frisst das, was wir auch holen. Tirol ist arm, Tirol ist Grisengebiet, Tirol ist gefährlich. Zeit! Der Hofer hat zum Aufstand gerufen. Die Streicher um in die Bayern und unsere Zosik. Irgendwer! Wo warst du mein Gewehr? Bist du anders geworden und wütend? Wo mein Gewehr ist! Ihr könnt eure Sohne ins Verderben schicken. Es wärst du nie verstirbt. Noch nie war es schwieriger. Noch nie war ich der Freiheit so nah. Und ich lief und lief, während das Blut mir in die Adern schoss. Da wird es ein Kolossgeruch. Das war's. Das war's. Ich bin ein Jezus.